Was geht ab leute Zane ist wieder da mit neuer Frisur und dem Kapitel Review zu One Piece Kapitel 939. Ja das hat einen schönen Titel und zwar ein alter Leopards Clown sind immer noch scharf. Was geht ab leute Zane ist wieder da mit neuer Frisur und dem Kapitel Review zu One Piece Kapitel 939. Mit dem wunderschönen Titel Die Krallen eines alten Leopardens sind immer noch scharf. Miau und die Szene fängt direkt an bei Zoro wo Hiyori ihm eben erklärt wer sie denn letzten Endes ist und dass sie auf ihren Bruder Momonosuke wartet. Zoro ist erstmal mega überrascht warum die Dame etwas mit Momonosuke zu tun hat und dass sie Hiyori ist und sie muss ja viel viel älter sein da ja Momonosuke in die Zukunft geschickt worden ist und Hiyori ist im Gegensatz zu ihrem Charakter Komorazaki ein wenig ja wie nennt man es am besten hyperaktiv würde ich mal sagen. Waaah was oh du kennst Momonosuke jaaa. Ähm etwas abgedreht die Kleine deswegen passt sie auch so gut zu der kleinen Toko. Ähm by the way sie hat wirklich Toko die ganze Geschichte erzählt von ihrer Mutter und Momonosuke und Pipapo. Ich habe ja schon in meinem Spoiler Video gesagt dass ich es nicht für so eine gute Idee hatte einem kleinen Kind alles zu erzählen aber naja gut das muss Hiyori letzten Endes selber wissen. Ähm dann dreht sich das ganze auch nochmal um die Charaktere wie äh Denjiro, Kawamatsu oder auch ähm wie heißt der andere äh der andere Retainer halt noch den es da gibt. Ah Ashura Doji genau. Ähm ja das sie ja alle sucht und sie äh weiß von den meisten jetzt mittlerweile das sie ja da sind weil ja Zorro gesagt hatte ja er kennt Inuarashi er kennt Nekomamushi die Hiyori für tot gehalten hatte by the way. Kinemon sei da, Kanjuro ist da, Reiso ist da aber es fehlen halt die anderen drei und da weiß er einfach nicht was mit denen los ist. Denjiro wissen wir bisher noch nicht wer er letzten Endes ist. Kawamatsu wissen wir ja, der sitzt im Gefängnis und wir erfahren er ist in den Knast gekommen als er äh ne als Hiyori 13 war. Also der sitzt jetzt seit 13 Jahren im Knast oder zumindest ist er seit 13 Jahren verschwunden. Aber wahrscheinlich ist er deswegen seit 13 Jahren im Knast gefangen. Heftig und wartet seitdem dort auf seine Befreiung und auf den Tag wo die neun roten Schwertscheiden kommen Kaido und Orochi vernichten werden. Naja gut ähm und Ashura Doji wissen wir ist der Anführer einer Banditenbande. Das komischerweise Hiyori weiß es nicht, aber das habe ich ja auch schon gestern in meinem Spoiler-Video gesagt, dass ich das für ein bisschen komisch halte, weil ey so lange Zeit hätte sie das wohl zumindest mal mitkriegen können, dass der äh hier bei den Banditen dabei ist. Sogar deren Anführer. Naja gut. Ähm was auch noch sehr sehr interessant ist und zwar erfahren wir von Hiyori wer dieser Kawamatsu denn eigentlich ist. Ähm und zwar Hiyori ist ja damals zusammen mit einem Retainer mit einem Hütchen ähm in Wano Kuni geblieben. Denn die Idee der Mutter war, einen der Kinder, also in dem Fall Momonosuke in die Zukunft zu schicken und für den Fall, dass Momonosuke es nicht schafft, ähm sollte immer noch Hiyori da bleiben, damit sie eben die Kutsuki-Blutlinie weiter treiben kann und Kawamatsu ist halt da geblieben, um die Kleine zu beschützen. Als das Ganze abgefackelt ist, ähm Toki gestorben ist und sowas, hat Kawamatsu eine Höhle gegraben, ist mit Hiyori weggeschwommen und hat sich halt dann um sie jahrelang gekümmert. Er hat selber am Essen gespart, damit Hiyori was zu essen haben konnte. Und der interessanteste Effekt an dieser Sache ist, Kawamatsu ist ein Kappa. Ja äh für die meisten von euch, die jetzt wahrscheinlich nicht wissen werden unbedingt, was ein Kappa ist. Ein Kappa ist ein Yokai in der japanischen Mythologie. Er ist so ein Mischwesen aus Ente und Schildkröte, würde ich jetzt mal sagen. Ähm also hat auch hier auf jeden Fall so Schwimmhäute und hat so einen Schnabel und einen Panzerung und sowas. Ja und das ist letzten Endes ähm Kawamatsu. Es ist halt die Frage, ist es eine Teufelsfrucht, kann er sich in einen Kappa verwandeln? Ist Kappa eine eigenständige Rasse in der One Piece Welt? Oder ähm wird es eine andere Art von Mink Rasse sein? Weil ich habe ja schon mal eine Theorie gebracht, dass ich ja glaube, dass es zwei Arten von Minks gibt. Und zwar diese Pelz Minks, so wie man sie halt eben kennen, Inuarashi, Nekumamushi, Pipapo. Und dann halt eben die Reptilien Minks oder die Schuppen Minks. Weil da haben wir ja damals bei Big Mom Bande zum Beispiel auch ein stehendes Krokodil und so gesehen. Ähm Ich meine jetzt nicht dieses ganz große Krokodil, sondern da war ein ganz normales Krokodil in der normalen Größe halt. Und stand halt auch da und hat geredet und alles mögliche. Ähm Deswegen glaube ich, dass es halt zwei Arten von Minks gibt und der Kawamatsu könnte eben zu dieser Reptilien Mink Art gehören. Das wäre cool, weil dann hätten wir so Pelz gegen Schuppen. Wäre ja auch mal interessant. Ähm ja das war es soweit, was Kawamatsu anging. Ich glaube da war jetzt ansonsten nichts mehr Interessantes. Ich schaue schnell durch. Nö, 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 nö. Er soll anscheinend extrem stark sein. Ähm Zoro und Hiyori unterhalten sich kurz, dass halt der Plan jetzt mittlerweile geleakt ist und Zoro legt sich dann einfach schlafen und Hiyori hört nicht auf zu reden. Ähm in der Zwischenzeit werden immer mehr Samurai gefangen genommen und zwar die Samurai, die halt eben dieses Tattoo, äh dieses Halbmond Tattoo auf dem Knöchel haben. Ähm weil Orochi beziehungsweise eher in dem Fall Fuku Rokuchu hat ja den Plan erkannt, hat ja diesen Code auf diesen Zettel gelöst, was es bedeuten soll. Und so werden halt immer mehr Samurais, die in Verbindung stehen mit den neuen roten Schwertscheiden gefangen genommen. Ja blöd, dass es nicht nur bei den Samurais bleibt, denn auch Beppo und Pinguin und wie der andere auch immer noch heißt, sind auch gefangen worden. Bam bam bam. Blöd. Ähm dann gehts wieder weiter zur Udon Mine, wo ja Ruffy und Hiyori immer noch gefangen sind. Ähm wir sehen auch kurz wieder Kawamatsu, der sagt er möchte ja auch gerne Sumo kämpfen, warum auch immer. Und Ruffy und Hiyori stehen jetzt mittlerweile zwei Gegnern gegenüber und zwar dem Alpakamann, der mit zwei Schwertern kämpft. Und ähm Armadillo Man, einem ähm Gürteltier Smile Nutzer, der mit zwei Pistolen kämpft, die auch gefüllt sind mit Seesteinkugeln, wo auch hier nochmal explizit gesagt wird, diese Seesteinkugeln werden nur in Wano Kuni hergestellt. Bam motherfucker. Ich glaube ja immer noch, dass Ben Backman in seiner Waffe auch Seesteinkugeln hatte, deswegen ist Kieser auch so, oh da lege ich mich lieber nicht mit an, wenn Ben Backman da ist. Ja, ähm der Fight geht los, indem halt Ruffy in die Zukunft zählt. Das heißt, er benutzt Katakuris Observations-Haki-Technik und sagt zu Hiyori immer wo er rumrennen muss, damit er halt eben diesen Pistolenschüssen vom Armadillo Man ausweichen kann. Oder auch vom Alpakaman, diese Schläge und sowas. Es funktioniert auch wirklich sehr, sehr, sehr gut, muss man sagen. Keiner trifft Hiyori, obwohl es so ein alter, alter Mann ist. Also man merkt einfach, dass Ruffys Observations-Haki mittlerweile schon deutlich stärker geworden ist. Ähm Irgendwann in der Zwischenzeit greift dann Ruffy den Armadillo Man an, macht seine Hand voller Haki und will ihm eine auf die Fresse hauen, aber stoppt dann halt kurz davor und beschwert sich halt drüber, fuck, das ist nicht das Haki, was ich wollte. Weil er hat ganz normal seine Hand einfach schwarz, abgehärtet, aber so wollte er dich zuschlagen, denn er möchte die Technik, die Rayleigh oder auch Sentomaro nutzen, benutzen, 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 wie auch immer. Ähm, und zwar dieses spezielle Rüstungshaki, wo die Hand eben nicht an sich schwarz wird, zumindest war es bei Rayleigh und bei Sentomaro nicht der Fall. Ähm, Rayleigh hat es so gemacht, Elefant, Rüssel, schlägt auf Rayleigh drauf, Rayleigh hebt einfach nur die Hand, da kommt so eine Art kleine Schockwelle raus, wo ja jetzt wieder Leute wie Kage zum Beispiel auf einmal von KI-Attacken in One Piece reden, wie Kamehameha und sowas. Puh, puh. Ähm, ja auf jeden Fall kommt eine Schockwelle raus und die wählt dann halt den Elefantenrüssel ab. Oder Sentomaro auf dem Sabo-Odi-Archipel hat ja auch diese Fähigkeit benutzt und hat halt Attacken abgewertet, indem er auch so eine kleine Schockwelle kam. Auf jeden Fall regt sich Raffi auf, dass er das nicht hinkriegt. Ähm, und sagt halt, ach fuck, ich muss unbedingt trainieren und pipapo, ich muss stärker werden, ich muss irgendwie diese Fähigkeit, ähm, schaffen. und dann kommt der alte Mann Hiyo ins Spiel und das ist wirklich, wirklich interessant und zwar der alte Mann Hiyo sagt in Wano Kuni gibt es eine Kraft, wo man seine Kraft oder halt, ja doch seine Kraft vom Körper auf sein Schwert übertragen kann, das heißt man kann dadurch halt Schwertschläge härter machen und sowas und man schneidet dann halt alles mögliche durch, sogar Stahl aber man schneidet nur, wenn man es schneiden will das ist in etwa ein ähnliches Prinzip wie Zoros Lehrer damals, ihm versucht hat beizubringen mit dem Schneiden, ohne zu spalten so in der Art man könnte jetzt auch sagen, vielleicht ist das auch die Variante, wie die Black Blades zustande kommen, wenn eine extreme Power eben in dieses Schwert gelegt wird, dann wird es halt irgendwann einfach mal schwarz aber, nee, das ist so eine Sache weil auch mit dieser Haki-Theorie dass die Schwerter schwarz werden weil zu oft Haki da durchgejagt wurde es gibt halt zwei, Minimum zwei Probleme wenn nicht so mehr Problem Nummer eins ist Mihawk Falkenauge, der beste Schwertkämpfer auf der Welt hat ja auch noch so ein komisches kleines Kackmesser wieso ist das keine schwarze Klinge? ich meine jemand wie Mihawk sollte das doch einfach hinkriegen gut, man könnte jetzt natürlich auch sagen ja, sein kleines Messerchen zieht er ja nur gegen schwache Gegner und dann benutzt er ja kein Haki und dadurch, dass kein Haki benutzt wird, wird die Klinge nicht schwarz okay dann gibt es aber auch noch Silvers Rayleigh ich meine, er heißt Dark King Rayleigh ähm, warum ist sein Schwert nicht schwarz? oder Shanks, warum ist sein Schwert nicht schwarz? oder Vista, warum ist sein Schwert nicht schwarz? obwohl es alles starke Schwertkämpfer sind, die auch Haki beherrschen mh, schwierig schwierig das Ganze naja, auf jeden Fall erzählt Hio weiterhin über eine Technik, die er mal gelernt hat und zwar nennt sich die Gucken und will sie Ruffy auch gleich vorführen ähm Hio rennt auf den Alpakamann zu springt in die Luft macht seine Hand so wow mit einem ganz, ganz grimmigen Blick so mh und zack Schockwelle Alpakamann wird einfach in die Luft gejagt ähm ja, also jetzt nicht im Sinne von explodieren sondern einfach wow also auch Hio kann das mit der Schockwelle komische an der Sache ist jetzt aber wenn man sich die Panels ganz genau anguckt und sich seinen Arm und seine Hände anguckt die verfärben sich schon schwarz hm man könnte jetzt natürlich auch sagen okay, vielleicht hatte oder damals zum Zeitpunkt von Rayleigh oder von Sentomaru das ganze Konzept noch nicht so weit gedacht und hatte halt damals noch keine schwarze Verfärbung und hat sich jetzt aber eben für diese schwarze Verfärbung entschieden wir wissen es letzten Endes nicht oder es ist doch eine völlig andere Technik hm 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 schwierig, 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 schwierig naja auf jeden Fall Hio äh möchte Ruffy diese Technik beibringen und Ruffy ist natürlich höchst erregt so erregt wie ein Gummipenis halt werden kann ähm werde ich dafür gesperrt? ich muss aufpassen ich habe nämlich einen Strike auf YouTube bekommen für meinen Mutter Karamell und Big Mom Video von Toa Animation Strike Nummer 1 noch 2 und ich bin weg vom Fenster hm, blöd naja, auf jeden Fall ähm freut er sich, dass er die Fähigkeit lernen kann diese Fähigkeit würde dann wahrscheinlich auch lernen ob es aber ausreicht für einen Kaido hm sei mal dahingestellt aber das werden wir natürlich in den nächsten Chapter sehen und wir sind jetzt bald dran noch 5 Chapter und wir kommen zu Chapter 944 einem Kapitel wo in einer früheren Coverpage die Strohbande gesehen wurde die Zombies gesehen wurden und da überall standen auch so Totenpfeilern so drauf 944 da gibt es ja auch die größten Theorien mit Mihawk stirbt oder Zorro stirbt oder äh Gekomoria taucht auf sind wir mal gespannt auf jeden Fall das war jetzt das Ende des Kapitels es war ein recht nettes Kapitel ich freue mich drüber dass Raffi eine neue Fähigkeit lernt wir mehr über Haki letzten Endes erfahren und auch die Story rund um Hiyori das letzten Endes mal Fahrt aufnimmt aber ich möchte endlich Big Mom sehen wie sie in der Udonmine ankommt und dann Queen einfach so dermaßen eine in die Fresse zimmert das wäre schön weil es könnte ja die Möglichkeit geben Otama ist ja auch dabei warum Otama an so einen gefährlichen Ort benimmt ist eh so eine Sache die Kaido Leute wollen Otama haben wegen ihrer Teufelsfrucht weil man halt dadurch eben Tiere und Smile Nutzer beherrschen kann wäre für Kaido natürlich geschickt und so könnt ihr mir echt gut vorstellen dass sich Queen sozusagen Otama schnappt und Big Mom die ja momentan gut ist und sich recht gut mit Otama versteht weil sie auch beide sehr gerne essen und sowas und da gibt es halt verschiedene Parallelen zwischen den zwei und dann Big Mom komplett ausrastet und Queen richtig BAM 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 in die Fresse ich bin ja auch immer noch der Meinung dass Queens fehlender Arm durch Big Mom kommt aber naja wir wissen das nicht vielleicht hat er einmal zu viel am Roulette gedreht auf jeden Fall war das das Ende des Kapitels ich hoffe das Video hat euch gefallen schreibt mir eure Meinung zum Kapitel doch einmal bitte in die Kommentare natürlich würde ich mich wie immer über ein Like und einen Daumen nach oben ja ein Like und einen Daumen nach oben macht beides einfach auch wenn es das gleiche ist und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt drückt einmal auf den Abonnieren Button tut nicht weh und ist umsonst und mir hilft es natürlich deutlich weiter um auf YouTuber erfolgreicher zu werden wie immer wünsche ich euch viel Spaß und haut rein ciao